Caravan denkt währenddessen nur an den Löwen. Erst als die Oboen Gans ihn begrüßt, wird er wieder aufmerksam. Moin moin junger Mann, ich bin Lise von der Gänseweide. Bisschen frisch hier, ne? Da bekommt man ja selbst als Gans eine Gänsehaut. Schade, dass ich meine Daunenstrickjacke nicht eingepackt hab. Na, dann werd ich mich auf meiner Oboe in der Küche mal ein bisschen warm spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, in der Küche ist der Löwe. Da zupft bereits die kleine Maus an seinem Ärmel. Hallo, ich bin Mike Maus. Aber verwechseln Sie mich bloß nicht mit Mickey Maus. Und sogleich spielt sie ihm etwas auf ihrer Querflöte vor.